Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate, möglicherweise die letzte, denn wir sind ja jetzt hier im Keller von der Diebesgilde, die soll in irgendeine unterirdische Stadt führen und dort wartet der Endgegner namens Serevok auf uns. Vorher machen wir mal kurz ein Level Up hier, die da nachher hat, äh, das ganze Ohr, sagt sie, Stufe erhöhen, da gibt's glaube ich jetzt nicht viel zu verteilen, ja, ein bisschen Neuzauber, bla bla bla, einverstanden, ja, ja, hab ich nix dagegen, bin ich völlig einverstanden, wenn die dann mehr zaubern kann, äh, was macht man denn da, ähm, Monster herbeirufen, Monster, Monster herbeirufen und, äh, Ottilukes elastische Kugel. Ottilukes Gummiball. Ach, das ist dieses, ja, ich weiß schon, da schließt man einen Gegner ein und dann kann er nix machen und man kann aber auch nicht angreifen währenddessen, das heißt, man kann einen Gegner in einem Kampf sozusagen absondern mit diesem Zauberspruch, naja, kann man machen, muss man jetzt nicht. Ah, weißt du, was hast du, wenn wir auch noch dazu nehmen. Bist du was, hast du was, aha, 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 ha, ha, magie bannen wäre vielleicht auch eine Idee, aber, äh, 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 ne. Hm, ne. Ne, 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 ne. So. Ja, dieser unterirdische Keller, da werden wir jetzt gleich mal drauf losstürmen, da gibt's einige Fallen, allerdings, soweit ich mich erinnern kann, kommen die erst relativ weit am Ende. Trotzdem werde ich die Quick-Safe-Taste ausgiebig benutzen. Das ist hier so ein bisschen so labyrinthmäßig angelegt. Ähm, da sieht man eh, es gibt auch so Sackgassen hier. Das sind die hier und, äh, ja, und, oh, ein Monster. Hallo, grüner Schleim. Tschüss, grüner Schleim. Hallo, anderer grüner Schleim. Tschüss, anderer grüner Schleim. Tschüss, äh, ne, hallo, Ocker-Galert. Ocker-Galert, wie sich das schon anhört. Ocker. Haut mich voll vom Ocker. Der Schleim hier, der Galert, ist es ja tot. Ja, die Fallen, die sind hier immer so angekündigt durch so Zeichen an der Wand. Man muss also nur die, die, die Writing on the Wall muss man lesen können und dann, äh, ja, dann weiß man, wo eine Falle ist. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Ausnahmen, aber hier am Anfang sollten einfach noch gar keine sein. Grünschleim unverletzt, das werden wir gleich mal ändern hier. Grünschleim schwer verletzt, grünschleim, ne, leicht, okay. Verletzt, alter, gerade eben ging das noch mit einem Schlag und jetzt müssen wir da hier so rumdingsen. Ja, grünschleim, Magiewiderstand, achso, das ist jetzt wegen, au, da verballern wir jetzt sinnlos unsere Pfeile, glaube ich. Das ist auch nicht so der Hit. Also, es ist eben kein Hit, kein Treffer. So, bitte hier verstecken hinter der Wand, dann müsst ihr auch nicht sinnlos eure Pfeile hier reinballern. Sind aber eh normale, oder? Bask, das war der Minsk gerade, ähm. Ja, wir wollen nämlich eh dann erst bei den schwierigeren Gegnern, sprich Sarawak und Kompanie, dann umrüsten auf die besseren Pfeile, auf die Gift und Super und Feuer und weiß nicht was alles Pfeile eben. Gibt es auch noch die Pfeile der Durchbohrung? So haben wir von denen eigentlich so wenig. Ich dachte, von denen hätten wir mehr gekauft. Pfeile des Zauberbruchs? Ja, das ist okay, Pfeile des Zauberbruchs ist okay, aber... Aber nicht noch mehr Pfeile der Durchbohrung? Oder haben wir die bei jemand anderem gelagert hier? Ne, hier gibt es jede Menge Schriftrollen und Sarawaks Tagebuch. Das wollten die gar nicht, da haben sie groß geredet, die beiden Herzöge da, der Belt und die Lilia oder wie die hieß. Und hey, du hast das Tagebuch von Sarawaks, super! Ähm, behalt's lieber mal. So ungefähr, ja. Ja, hier sind halt einige Schleime, da hat uns diese Voletta Stiletto, oder wie die hier hieß, die hier rumliegt, oder Stiletta Voletto. Ähm. Die hat uns da schon vorgewarnt und die flirten da gerade miteinander. Ja, übrigens, hat mich ja jemand gefragt, hey, was ist denn, du könntest doch... Ach, schon wieder so einen Schleim, ein Grauschlick! Ein Grauschlick, wie sich das schon anhört. Wie ein Nachname. Herr Grauschlick. Hört sich wie grauslich an, nur ein bisschen anders. So, okay, der ist Geschichte hier. Ich weiß gar nicht, wie... Da gibt es nämlich so verschiedene Arten von Schleimen. Einige davon sind ziemlich... Ja, ziemlich schwierig zu besiegen. Aber ich glaube, bis jetzt zumindest... Also entweder sind wir schon wahnsinnig stark, oder... Oder das waren hier jetzt nicht so die... Super, hyper... Harten Schleime, die wir da jetzt, äh, erledigt haben. Ach. Ah, jetzt kommen aber die schwierigen gegen eine Schicksalswache. Die wird gleich ihr Schicksal kennenlernen. Ach, da kommt noch eine. Ähm... Schicksalswache. Und die hier heißt... Auch Schicksalswache. Okay. Na gut. Ähm, kritischer Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag. Äh... Unverletzt, äh, äh, ähm... Ah ja, okay, jetzt hat er mal einen Treffer gelandet. Leicht verletzt. Ja, ich würde sagen, wir setzen Magie ein. Stand back while I try the power of magic. die die sind nämlich durchaus jetzt nicht gegen jede art von schaden immun aber gegen pfeile sind sie immun dann haben wir mal hier lieber ab bevor man die pfeile sinnlos verplempern ja also noch mal magie drauf casten dann dürfte das mit dem schicksal auch geschichte sein zack zack dem tode nahe trefft doch auch mal die sind so schwer zu treffen das ist das hauptproblem ja jetzt bin ich unterbrochen worden ich wollte gerade noch was erzählen oder das ist toll jetzt haben wir uns auf die auf die gestorbene schicksalswache draufgecastet ok machen wir noch mal machen wir mal diesen anderen hier die die farbkugel damit das leben bisschen bunter wird leicht verletzt und bisschen verletzter ja bin ich unterbrochen worden durch diese schicksalsdinger da das schicksal hat mir einen schweren schock beschert nie übrigens 2000 erfahrungspunkte ist auch nicht von schlechten eltern ja die sache ist nämlich die da hat mich jemand gefragt hey wäre doch cool wenn noch durlaksturm machen würdest zumindest die oberen stockwerke bevor du hier den seriwok ist aber ich muss ja sagen es ist ganz eilig wir müssen doch den seriwok ganz schnell zur strecke bringen haben sie uns doch alle gesagt in der stadt was nicht machen dann wird er weiß ich kann schreckliche dinge tun zum beispiel gähnen oder so und das wollen wir natürlich nicht und deswegen müssen man ihn ja ganz schnell nachverfolgen hier am besten noch gestern ja und rollenspiel technisch bin ich natürlich ganz brav macht das auch aber ich müsste natürlich nicht da hat er schon recht denn das ist so eine sache hier das ist irgendwie und hier fangen glaube ich jetzt die fallen an da müssen wir es jetzt langsam vortasten und besten hier fallen such modus aktivieren wir könnten jetzt theoretisch praktisch auch bis zum seriwok gehen das ist da müssen wir hier noch durch zwei so karten durch durch so ein labyrinth und dann durch so ein friedhof so ein unterirdischen und aja da fangen diese symbole an das heißt hier fällt es dann ja da könnte man bis zu seinem versteck halt vordringen dann können wir einfach kehrt machen und drei monate abenteuer urlaub in durlaksturm machen würde niemanden stören das ist falle cool haben wir sie entdeckt hier gleich mal entschärfen ach du meine güte da ist jetzt so ein kriegerskelett was ist denn bitte ein kriegerskelett ein skelett das feine schießt und dabei stirbt ruft auch ich will nicht also sterben ich hoffe die kommen jetzt hierher ist ja gut die körper pullen pullen ist immer gut es gibt ein ort der heißt oberpullendorf da wird am meisten gepult offenbar so spuk für den glaube ich eher nicht nicht besonders viel angstlein jagen machen wir mal diesen eisschock da fürs erste und magie widerstand noch super ok sind die überhaupt können die sind überhaupt pfeil technisch als haben sie ihre schwert rausgezogen etwas machten der hier der 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 korren mann du du idiot ach die sind jetzt richtig stark jetzt fängt es nämlich ein bisschen schwieriger zu werden hier gegner technisch ich hoffe mal die lassen sich treffen und pfeilen magie widerstand ist natürlich jetzt doof was ist wenn man sowas kasten geht das dann durch oder geht ein teil davon durch gar nix ja die sind wirklich hart verletzt immerhin hier jetzt die macht gar nix die kommen nicht an den hau halt den wenn ein nicht an kommst du hau halt den anderen schwer verletzt der der minsk ist auch nicht mehr ganz so ganz so ganz hütsch ja super ja 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 ich will die und der was macht denn der korn hier der der rennt hier der rennt hierhin ich habe zwar einen bogen aber ich will lieber aus einem meter entfernung schießen vielleicht treffe ich dann auch mal ich glaube schon dass die pfeile treffen würden denn sonst würde hier stehen so viel wie also endlich tot der der herr krieger skelett sonst würde hier nämlich dann stehen waffe hat keine wirkung oder waffe nicht wirksam daran weiß man dann dass dieses tier oder dieses monster eben komplett gegen diese waffe immun ist was es ja auch gibt es ist in dem fall nicht gestanden also es ist nur sehr schwer zu treffen mit pfeilen was bei skeletten ja eigentlich sinn macht weil wenn man da nicht aufpasst fliegt der pfeil wahrscheinlich mitten durch durchs skelett so noch mal kurz wieder kamortis kalium natrium tellurium und wo haben wir hier aber den den panda also uns selber ich muss es noch ein bisschen hier gucken mit von wegen ach so da gab es da ja da gab es nichts zu looten die schicksalswachen hier die mal vorhin hatten die sind nämlich schwer vom schicksal gezeichnet und die haben nichts dabei so die haben dafür so lustige helme dabei dass das das sieht zwar toll aus dieser helm aber ist auch nur ein helm also halt ein normaler helm das ist es nicht sollte dekorativ dazu ein bisschen anderes muster jetzt schauen wir nur mal kurz ob da irgendjemand von unseren leuten einen faden einen langweiligen helm hat ja der koran kann als diesen coolen super steiler helm hier aufsetzen damit diesen flügeln aus stahl da könnt ihr gleich auf aufs cover von irgendeiner heavy metal band drauf mit diesem ding am besten noch feuer und hörner und ich weiß nicht dann hätten was komplett ja wie ich weiß nicht ob ich das jetzt überhaupt fertig erzählt habe wie auch immer wir könnten kurz vorm server einfach pause machen und woanders hingehen drei monate lang also drei spielmonate lang auch drei echte monate ist egal und der server der würde dann einfach auf uns warten ab und zu schaut wahrscheinlich auf die uhr man kommt dann endlich ich will endlich meinen endgegner job haben ich werde hier nicht bezahlt und das ist überhaupt total scheiße falle zugeschnappt naja gut da haben wir noch einigermaßen überlebt hier das ist echt gefährlich hier weil die fallen sind oft nicht so schnell zu erkennen muss man sich so langsam vortasten und trallala ja gut macht ja nichts wir haben ja noch heilsprüche und wenn sie uns ausgehen rasten wir einfach das kümmer jetzt hier auch ich weiß gar nicht ob da auch da auch man da nachts dann überrascht werden kann im schlaf es gibt ja bei einigen sachen in der kaste dann kommen dann plötzlich irgendwelche lustigen monster hin oder so wurde von einer riesen spinne überrascht oder so ähnlich so ist immer wieder einigermaßen ganz wenn es dicht points anfangen auszugehen dann werden wir folgendes machen dann werden wir schlafen gehen hier in dem wahnsinnig gefährlichen dann schon ja übrigens das sieht man die symbole sind hier und hier und dazwischen sind halt die fallen und zwar relativ viele fallen es gibt glaube ich auch fein für diese für die diese regeln nicht gilt aber dass das werden wir schon irgendwie rausfinden im zweifelsfall indem er sie auslösen soja mit helmssegen was der aber immer mit helmen hat er trägt bestimmt auch beim fahrradfahren helm so gefährlich hier muss ich den helm aufsetzen ja ist übrigens so statistisch gesehen ist es wesentlich wahrscheinlicher beim treppensteigen eine schwere kopfverletzung zu erlangen oder auch beim autofahren als beim radfahren also radfahren ist viel sicherer als treppensteigen und autofahren aber ja also eigentlich müsste man sich beim autofahren beim treppensteigen einen helm aufsetzen und dann erst beim fahrradfahren trotzdem sagen alle hilfen den helm aufstecken beim radfahren ja ich finde das überhaupt blöd ich meine die leute haben doch eine gewisse selbstverantwortung auch gurtenpflicht und so muss man ja nicht so sicherlich wird man sich anschnallen wenn man vernünftiger denkender mensch ist warum auch nicht ich meine ist ja bewiesen dass das bringt aber warum muss man das den leuten vorschreiben letztlich schade doch einer der sich nicht anschnallt niemand anderem also er gefährdet sich höchstens selbst und eigentlich eigentlich muss das doch seine eigenverantwortung sein stellt euch vor ich nehme hier ist den helm ab und er kommt auf einmal die stadtwache von baldos geht her gelaufen sagt hey du bist in der diebes labyrinth stanschen ganz gefährlich setzte sofort den helm auf 50 euro strafe ja dann würde ich wahrscheinlich das spiel auch nicht mehr spielen so da ist wieder so ein lustiges symbol das heißt hier ist bestimmt auch eine lustige falle oder ist es eher ein unlustiges symbol da ist es eine unlustige falle keine ahnung wir werden es rausfinden mann okay ein bisschen näher rangehen ich höre es schon klicken klick kommen es gibt auch ein paar symbole wo keine fallen sind das ist ein bisschen bis ich dachte schon mal hier unten eine textseile rein gescrollt ist das ist jetzt die falle aber nee war es nicht es gibt auch symbole die sind sozusagen fakes aber es zahlt sich durchaus aus hier generell mit einer mit gegebener vorsicht vorzugehen so eine einfache aufgabe sagt er hier unten ich vermisse irgendwie die musik hier wo ist die denn geblieben naja genau hier geht es weiter das ist natürlich ein labyrinth praktischerweise weiß ich aber wo der ausgang ist h h h h labyrinth ich weiß es schon du nicht die frage um ein labyrinth wenn es wenn es ein bewusstsein hätte seinen eigenen ausgang kennen würde so da geht es jetzt für ums eck das weiß ich noch genau wie das ging ja ja hier sind bestimmt fallen weil hier sind zwei symbole nebeneinander und dann ist fast immer was ja ja bei helm die teile des labyrinths die wir jetzt auslassen die haben übrigens nichts interessantes nicht so dass man hier etwas looten könnte oder so da ist nichts außer halt diese lustigen schicksals dingsbums dinger da diese schicksals wachen so ein paar gegner halt so paar eher langweilige ich glaube dass jeder ausgang war ich hoffe ich ich habe recht war das hier oder täusche ich mich hier total gerade war das nicht hier hinten geht es vielleicht ein bisschen zu schnell hier vor aber ich möchte nur oder moment ich schaue mal auf die übersichtskarte bevor ich hier totalen blödsinn mache ich glaube hier oben rum kann man gehen es gibt glaube ich einen zweiten weg hier unten moment quicksafe und einfach mal drauf loslaufen hier dürften wieder fallen sein aber na gut okay das ist jetzt nur eine erkundungstour ich möchte nur mal sehen ob hier ob es hier wirklich rum geht oder raus geht aber ich glaube dass man hier rauskommt weil da müsste jetzt dann gleich auch so ein typ stehen vorher kommt wahrscheinlich noch der falle ja natürlich und hier steht nicht mehr der typ der der liegt der ruht sich gerade ein bisschen aus ja hier geht es raus es gibt aber noch einen anderen weg glaube ich man kann auch irgendwie schon hier man kann hier irgendwie so im kreis rum und dann hier unten entlang bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher auf jeden fall geht es auch so und das machen wir jetzt weil das ist der kürzeste weg vermute ich jetzt mal ach so das ist so weil diese format formation die man hier unten ja auch auswählen kann die bestimmt dann in welcher form die sich aufstellen und wenn ein teil hinter der mauer ist dann stellen sie sich teilweise hinter die mauer so ich vermisse übrigens musik wo ist das hier sound musik fertig musik na komm schon siehst du still in diesem komischen dann schon hier das ist ja langweilig so das hier ist der winski perorate und wer die letzte folge gesehen hat der wird wissen dass das dieser magier war der den serivok raus geholt hat aus dem ähm dings da aus dem äh palast der herzöge und äh sozusagen sein komplize offensichtlich hat der serivok den dann aber trotzdem einfach hier äh angestochen sag ich jetzt mal er ist offenbar noch am leben sonst könnte ich nicht mit dem mauszeiger drüber fahren ist übrigens ein guter test wenn man irgendwo jemanden links sieht einfach mit dem mauszeiger drüber fahren wenn noch ein name erscheint und so ein symbol dann ist er noch am leben funktioniert bestimmt auch in der realität so winski perorate sagt husten ach ja dachte mir dass ihr seid ist ja fast wie ein familientreffen hier was ich wusste doch dass ihr mir folgen würdet ihr beiden seid aus demselben holz ihr müsst den kampf beginnen sonst wird er euch niederschlagen ja das ist dieses ganze du musst ganz schnell zum serivok ja er wartet aber auch drei monate wenn wir es darauf ankommen lassen das würde aber auch nichts machen denn ihr habt ihn bereits geschlagen seine pläne sind verwirkt und seine verbündeten fliehen in scharen solch hehre ziele wenn auch niemand das wahre verlangen dahinter erkannte niemand außer mir natürlich leider bin ich jetzt entbehrlich aber auch das habe ich erwartet ja die logik dahinter ist mir jetzt nicht ganz klar warum man jemandem hilft wo man dann weiß dass der am ende einen umbringen wird aber das können wir jetzt sogar fragen hey wieso hast du es gemacht wenn du wusstest dass er dich umbringen wird welche rolle ich gespielt habe ich war saravox mentor das haben auch schon ein paar andere behauptet und habe ihn in den schwärzesten ritualen unterrichtet boah alter schwärzeste rituale wenn er erfolg gehabt hätte wäre ich mit sicherheit unter den toten doch mein name würde in seinen taten weiterleben es gibt auch nach dem tod noch etwas wenn man auf die richtige art stirbt und wie sollte es in der geschichte keinen platz für den lehrmeister geben der den aufstieg des neuen herrn des todes gelenkt habt ihr würdet das nicht verstehen ne tun wir auch nicht ihr würdet für große taten achso ihr wurdet für große taten in den reichen geboren echt das ist das ist aber meine eigene entscheidung wir übrigen müssen uns unseren platz in der welt erst mit allen mitteln erkämpfen du sozial darwinist du ja jetzt können wir fragen wo er sich versteckt hat na hinter dieser tür natürlich wo sonst das ist eine blöde frage ja wir wissen das eh was ist sein plan sein plan war eben krieg mit am anzufangen da würde es so viel blutvergießen geben war der plan vom saravox eben dass das göttliche blut in ihm weil sein vater ist ja so wie auch unser echter vater der gottes mordes dass der dass das blut halt dann dieses blutvergießen irgendwie das göttliche blut in ihm weiß ich nicht zum kochen bringen würde und dann würde er der neueste gott des mordes werden also keine ahnung so irgendwie hat er sich das ausgedacht ähm ja geh mir aus den augen und der winski perorate sagt eure barmherzigkeit ist bewundernswert ihr habt in der tat einen anderen weg gewählt als saravox wobei der saravox hat den ja auch nicht umgebracht er hat ihn ja nur angekratzt obwohl ich mich frage ob das nicht am ende auf dasselbe hinaus läuft lasst mich hier denn ich bin keine bedrohung mehr für euch oder für andere ich will mich hier nur eine weile ausruhen ach so der will doch nicht sterben oder was tandem in extremis was auch immer das heißen sollte ach so wieder das gleiche wo ist dahin können wir jetzt auch noch fragen will sich nicht verstecken blablabla ähm ja blablabla okay das ist immer das gleiche normalerweise sollte der jetzt nur noch so was sagen wie ähm ich habe euch alles gesagt was ich weiß tschüss so wir gehen jetzt hier rein und wir sind jetzt in der unterstadt von baldos geht das ist eine höhle wo ein tempel drin ist oder so ähnlich archäologisch äußerst interessant dass eine stadt nicht einfach also eine alte stadt nicht einfach durch die erosion und so zugesandet wird sondern dass die dass sich eine höhle drumrum bildet das ist natürlich ja höchst interessant so wir werden jetzt gleich noch einen nicht ganz leichten kampf kämpfen müssen denn hier wartet gleich auf uns eine gruppe von leuten und ich glaube ich werde hier mal ein bisschen kundschaft dann vorher werde ich mich mal heilen zack geheilt und nochmal ich bin geheilt hat mich geheilt ähm ne ich wollte mich unsichtbar machen nicht nachfallen ja jetzt kommt hier ein cool die die spawnen hier so und da kommen gleich drei ja 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 die spawnen hier drin das ist so ein alter friedhof oder so irgendwie muss man irgendwie immer ein bisschen aufpassen weil die ähm ach du meine güte das ist die dinge ist auch noch der agent ist das auch noch so gelähmt oder so verlangsamt ist schon wieder weg na gut ja wir müssen uns hier so hinstellen dass die uns nicht sehen wenn die spawnen die spawnen nämlich zufällig und ständig das ist ein bisschen eine doofe sache so stellt euch mal alle hier auf wir machen jetzt mal einen quick save und ich schleiche mich jetzt mal kurz vor schau mal wo die stehen diese gruppe von abenteurern ich weiß nämlich schon dass die hier sind da sind sie einer von diesen oga super wo haben sie denn aufgegabelt in oga hausen oder wo unter oga unter oga hausen so die sagen auch was diese äh Leute hier sollen wir gleich testen hallo das ist der rachwin eins das hört sich an wie marwin oder so ein seltsamer ort um auf um auf mitglieder der sonnenbeschienenen reiche zu treffen ich würde gern wissen warum ihr hier seid darf ich mit recht annehmen dass ihr mit dem mann sarek an sarek an sarek an sarek an sarek an sarek an ähm ähm ja ich sage wenn sarek an sarek an sarek an sarek an sarek an looks rauf zu verstehen freunde zu gewinnen ich bin rahwin und arbeite für den eisenthron meine begleiter und ich sind aus simbian gereist und herauszufinden was mit unserer aktivitäten in baldur tour los ist sarek scheint ja ganz schuld viel zu tun gehabt zu haben mit der ermordung von rielta und allen anderen die es gewagt haben sich ihm in den weg zu stellen was er euch angetan hat weiß niemand wartet ich erkenne euch jetzt ihr seid pandapapst Ah, ihr seid also hergekommen, um euren Kreuzzug gegen den Eisenthron zu beenden. Nun, es sollte nicht schwierig sein, euch noch vor Sarivok aus dem Weg zu räumen. Meine Vorgesetzten werden sich über die Nachricht von eurem Dahinscheiden freuen. Ja, wir sind ja angeklagt worden, fälschlicherweise. Wir hätten die früheren Anführer des Eisenthrons ermordet. In Wahrheit war es ja Sarivok und die glauben das halt jetzt. Und das, wir werden uns jetzt verteidigen. Also so rein argumentativ, zum Beispiel mit Feuer. Kann man sich ja mal verteidigen mit Feuer. So, dann, du kriegst auch was auf die Birne hier und, ähm, bei Helm, bitte, tschak. So, und dann bitte gleich nochmal und ich hoffe mal, dass die jetzt nicht gleich drauf losstürmen. Ich möchte jetzt nämlich hier möglichst viel Schaden anrichten. Oh, 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 die Dürmer wird hier ange... Ach, was war das? Ach, die haben glaube ich so Feuerpfeile oder was? Äh, da sollte ich vielleicht lieber... Äh, äh, die sind aber... Ähm, da, 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 ähm, ähm, nee. Ich glaube ich... Ich glaube ich lade jetzt mal, weil, ähm... Hä, die sind, die haben die gebufft. Die haben die stärker gemacht als vorher. Die Gruppe hier. Das ist ja, das ist ja, das ist ja krass. Hm, da müssen wir uns eine neue Strategie überlegen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Servus und tschüss.